mal gucken ob hier noch irgend jemand rumspringt und den da oben müssen definitiv ausschalten sollte ich mir natürlich eine ecke suchen gut der noch tief und fest geschlafen habt gott sei dank der nichts mitgekriegt mal gucken wie der schuss wird voll durchs auge alter schwede jetzt nur nicht unabsam werden ok und sind einmal nur von da mensch muss er denn jetzt hin da ich sollte schon wenn ich fokus benutzen auch warten bis er wirklich zu ende ist sonst wird der schuss nämlich nichts so Was ist denn der Typin? Er rennt einer rum. Mal gucken, ob er den... Ups. Da oben haben wir schon mal einen. Hier unten war da noch einer. Da hinten rennt einer rum. Da oben haben wir schon mal einen. 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 Feuer! Geht in Deckung! Seht ihr was? Könnt ihr was erkennen? Warte aufbleiben! Mein, was für ein Idiot, ey. Da steckt er sich in die Kippe an oder irgendwas. Geht in die Kippe an. Geht in die Kippe an. Geht in die Kippe an. Geht da aus. Ja, ja, ja. Na, sehr praktisch. Na, sehr praktisch. Na, sehr praktisch. Na, sehr praktisch. Fett in die Hoden geschossen. Na, sehr praktisch. Na, sehr praktisch. Na, sehr praktisch. Na, sehr praktisch. Seht mal da drüben nach. Na, sehr praktisch. 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 Okay. LKWs zerstören. Aber erstmal muss ich den Typen da unten durchsuchen. Da kommt schon noch ein Stückchen. Ich will nicht die Luca aufheben, ich will die Leiche durchsuchen. Hallo. So geht's natürlich auch. So. Wenn man die Leiche einfach aufhebt. Oh, da war schon wieder eine Akte gefunden. Ich muss natürlich jetzt ehrlich sagen, die Missionen sind schon etwas länger, die ich sehr schön finde. Und wir werden dann auch dementsprechend hier dann erstmal den ersten Cut machen. Und ich werde natürlich diese Missionen dann in der zweiten Folge weitermachen, weil sonst werden die Folgen einfach definitiv zu lang. Hier haben wir Minen, hier haben wir nichts, hier haben wir den Generator. Okay, das ist zwar jetzt ein bisschen fehlhaft gewesen, aber okay. Hehehehe. Vorsicht! Vorsicht! Ist hier irgendwo! Scheiße, geht in Deckung! Was haben wir denn eigentlich noch alles dabei? Damit... Wollen wir uns mal wieder verbinden... Wollen wir uns mal wieder verbinden? 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 Wollen wir uns mal wieder verbinden?